hat armin laschet eine antisemitische vergangenheit ja eigentlich wollte ich in dieser episode ein paar mythen anderer parteien auch mit aufgreifen aber dann bin ich auf der recherche tatsächlich auf etwas gestoßen ja das muss halt aber in eine ganze episode also die anderen parteien müssen wir aussparen also die sind sowieso relativ klar die mythen das hier ist wirklich ein knaller ich bin durch zufall auf etwas gestoßen das möchte ich dir nicht vorenthalten daher habe ich auch eine pressemeldung geschrieben und ich lese jetzt mal einfach hier vor die kann man an anderer stelle auch lesen vielleicht wird sie auch aufgegriffen von den medien also los geht's überschrift armin laschets antisemitische vergangenheit autor kai gondlach am 12 september 2021 armin laschet kanzlerkandidat der cdu bei der bundestagswahl 2021 könnte konservativer sein als allgemein bekannt ist um nicht zu sagen laschet fiel in der vergangenheit durch antisemitisches und ns verherrlichendes gedankengut auf angesichts der langjährigen regierungsbeteiligung der union wundert es allerdings nicht dass diese vergangenheit ad acta gelegt scheint durch zufall stieß ich anfang september im offiziellen wikipedia artikel über armin laschet auf eine passage die mich stutzig zitat 1988 war laschet als redenschreiber im team von bundestagspräsident philipp jenninger von der cdu tätig bis der wegen seiner gedenkrede zu den november pogrom 1938 zurücktreten musste zitat ende die findest du natürlich übrigens auch alle in den show notes die ganzen referenzen diese referenz leitete leider zur falschen quelle weshalb ich selbst nachforschung anstellte zwei fragen haben mich dabei geleitet erstens warum trat jenninger zurück und zweitens welche rolle spielte laschet dabei warum trat jenninger zurück am 10 november 1988 hielt bundestagspräsident philipp jenninger eine rede audio und transkript sind vorhanden und hier in den show notes im deutschen bundestag in bonn anlässlich des 50 gedenktages der ns november pogrome in klammern beginn 9.11.1938 auch reichspogrom oder kristallnacht es gab bereits im vorfeld einen eklat als neben sämtlichen fraktionen selbst der vorsitzende des zentralrats der juden in deutschland keine redezeit erhielt armin laschet damals noch als journalist tätig arbeitete für jenninger dass das nicht in seinem offiziellen lebenslauf der cdu auftaucht wundert nicht die presse im ruhrgebiet wiederum erwähnte den faux pas in anführungsstrichen 2010 auch hier die quelle in den show notes die cdu nahe konrad-adenauer-stiftung wiederum nennt laschets rolle in der sache relativiert aber auch die schwere der entgleisungen auch hier eine quelle in den show notes ein paar zitate aus der rede und ab jetzt zitiere ich und sage am ende zitat ende zitat jenninger die juden in deutschland und in aller welt gedenken heute der ereignisse vor 50 jahren auch wir deutschen erinnern uns an das was sich vor einem halben jahrhundert in unserem land zutrug zitat ende hier wird ganz klar ja gesagt dass juden halt keine deutschen sind also diese trennung zum einstieg also das ist wirklich der erste satz nach sehr geehrte damen und herren ist schon auffällig weiteres zitat die jahre von 1933 bis 38 sind selbst aus der distanzierten rückschau und in kenntnis des folgenden noch heute ein faszinosum insofern als es in der geschichte kaum eine parallele zu dem politischen triumphzug hitlers während jener ersten jahre gibt zitat ende hier spricht jenninger vom faszinosum und von einem politischen triumphzug das wiederum ist eindeutig ns propagandarhetorik zitat machte nicht hitler war was wilhelm der zweite nur versprochen hatte nämlich die deutschen herrlichen zeiten entgegen zu führen war er nicht wirklich von der vorsehung aus erwählt ein führer wie er einem volk nur einmal in tausend jahren geschenkt wird zitat ende hierbei kriege ich schon wieder gänsehaut weil das auch ganz eindeutig eher in die rhetorik der afd und ähnlichen noch rechteren parteien wie npd und dritten weg passen würde und ein letztes zitat und da klappen einem sich einem wirklich die fußnägel hoch ist ein bisschen länger zitat und was die juden anging hatten sie sich nicht in der vergangenheit doch eine rolle angemaßt so hieß es damals die ihnen nicht zukamen mussten sie nicht endlich einmal einschränkungen in kauf nehmen hatten sie es nicht vielleicht sogar verdient in ihre schranken gewiesen zu werden und vor allem entsprach die propaganda abgesehen von wilden nicht ernstzunehmenden übertreibungen nicht doch in wesentlichen punkten eigenen mutmaßungen und überzeugungen zitat ende auch hier und das habe ich extra noch mit einer historikerin und ns spezialistin einmal rückgefragt hier handelt es sich eindeutig um antisemitische rhetorik weiter im text es gibt auch richtige und wichtige bezichtigung der grausamkeit und manie der nazis in dieser rede doch das rückt die auswüchse nicht ins licht es handelt sich bei dieser rede um eine eindeutig ns verherrlichende und holocaust relativierende rhetorik und in diesem sinne vollkommen unangemessene rede eines deutschen amts und würdenträgers viele stellen lassen sich nicht anders als rechtsextremen feststellen folgerichtig trat philipp jenninger am folgetag aufgrund der öffentlichen reaktionen zurück welche rolle spielte laschet bei der rechtsextremen rede armin laschet hat 1988 für den damaligen bundestagspräsidenten philipp jenninger als einer der redenschreiber gearbeitet welchen anteil laschet zur rede beigesteuert hat ist unklar klar ist dass er deren inhalt darauf wenig später verteidigte genauer er veröffentlichte wenig später gemeinsam mit seinem schwiegervater und verleger heinz malangre das buch philipp jenninger rede und reaktion mit schwarz rot golden eingerahmten titel darin verteidigen sie die rede drücken ihr völliges missverständnis über die öffentlichen reaktionen aus und bekräftigen stattdessen dass viele bürger die rede großartig fanden es steht also außer frage dass zumindest vor 32 jahren armin laschet kanzlerkandidat der cdu 2021 deutlich braun gefärbtes gedankengut in sich trug diese episode ist im wahlkampf 2021 noch nicht aufgetaucht ich konnte dazu keine statements finden lediglich weitere sekundärquellen meiner ansicht nach ist diese dunkle episode im lebenslauf eines kanzlerkandidaten eine wichtige information für die wählerinnen und wähler falls jemand jetzt interesse hat darüber zu sprechen und für die hintergründe ein interview zu führen das ist jetzt ausnahmsweise mal ein werbeblog weil ich es einfach so wichtig finde dann gehe er bitte auf meine website und gehe auf www.kaigontlach.de online-buchung oder schreibe einfach eine nachricht auf dem kontaktformular auf der startseite ich wiederum bin zum sendezeitpunkt dieser episode gerade im urlaub und werde mich gegebenenfalls später melden beziehungsweise man kann natürlich auch termine einstellen man kann auch meinen pressekontakt kontaktieren es ist angela zein und ich würde mich sehr freuen wenn zumindest die inhalte dieser pressemeldung wenn du so willst ein bisschen ein breiteres publikum finden würden noch mal zurück ich habe diese episode am 12 9 2021 aufgezeichnet bin bis zum 22 9 im urlaub und offline also nicht erreichbar also bitte wende dich an meinen pressekontakt danke